Die Welt ist zu groß, Mann. Dann mach sie dir kleiner. Konzentrier dich auf meine Stimme. Stell dir vor, sie wäre eine Insel im Ozean. Siehst du sie? Ich sehe sie. Mein Sohn war in dem Bus. Er hat gesehen, was Clark getan hat. Du musst diese Seite von dir geheim halten. Was hätte ich denn tun sollen? Sie sterben lassen? Vielleicht. Ich habe so viele Fragen. Wo komme ich her? Du musst dich entscheiden, was für ein Mann du werden willst, Clark. Wer dieser Mann auch sein wird, wer wird die Welt verändern? Er wird's. So. Mein Vater glaubte, wenn die Menschen wüssten, wer ich wirklich bin, würden sie mich ablehnen. Er war überzeugt, dass die Welt noch nicht bereit ist. Was denkst du?